hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge dead by daylight mit ccg mit dabei ist tobi der fürst der finsternis und dann der cheapy crazy durchgeknallte pferd und natürlich wir wissen dass wir sie sagst du irgendwas drückt ja wirklich ein pferd mal vor die haustür kein pferd ist kein pferd wir hatten pferden fand ja das schon aber du hast doch auch so ein pferd doch das tierchen da crazy damit musst du dich abfüllen dass das jetzt einfach ein pferd ist was ist denn das ein wolf nein doch das ist ein pferd hat natürlich eine lange schnauze haben die ähnlichkeiten haben beide vier füße ja das stimmt die füße waren wie ein wolf das stimmt aber der kopf ich sagte auch entschuldigung ich sag dir das war ein fabelwesen was er da versucht hat ein pferd mit pfoten und wolfskrallen ich mache das nächste mal besser aber die ansagen werden immer wie besser und der virus naja virus war noch gar nicht dran ja doch hab ich gesagt ja aber wir haben ja zwischen das mit dem platz aufgehört ist ja nicht schlimm naja jeder weiß wer ich bin das port ding da aber sie jagt mich nur sie schlägt nicht zu wieso schlägst du schlag mich komm schon ich brauche das jetzt schlag zu klag zu schlag zu ist da jemand das christliche fall hat oder was mann erster nach dem generator wieso also ich blut blut da da nicht rum ich bin ich glaube die wir formen war bestimmt die weg die hat mich schon lange erwischt was soll erwischen können ja die macht nichts vielleicht muss sie nur jagen hat wahrscheinlich eine quest konnte ich mir vorstellen daily steht nur blöd herum eben genau ich denke dass die in einer gewissen zeit wahrscheinlich verfolgen muss die lassen sich da hinten gemütlich schlagen will mich denn niemand heilen? nä nööööööööö ich mach Generatoren da muss ja irgendwann hinten auch hm, logisch oder Totems 1x2 jetzt spielt die mit euch oder was? jaja natürlich, die Farbenpunkte cool Was ist hier los? Unten im Keller werden Medikit, wenn einer weinen möchte. Eine Chillerrunde. Also ich habe sie abgehängt, nachdem ich ihr zwei Paletten runtergekloppt habe. Ja, dann kannst du ja zweimal zertreten. Das könnt ihr doch jetzt machen. Dann kriegt ihr nämlich beide gleichzeitig Punkte, aber für Generator machen und einmal für Flucht. Das heißt, ihr kriegt einen Strich beim Rang dabei. Weil nur Flucht bringt es nicht. Ihr haltet euren Rang. Ihr kriegt zwar einen Blutpunkt, aber ihr haltet euren Rang nur. Ihr verbessert ihn nicht. Ja. Ja, leid. Deswegen mache ich ein Generator. Es lieben die Gents, es lieben die Gents, es lieben die Generatoren. Ach, gibst du es auch hier. Natürlich. Ab und zu. Lass ich mich blicken. Bauen wir jetzt aber eine Frauenrunde hier am Generator. Ja. Ich wusste ja, dass es eine Frau ist, wo das es zu gibt, hätte ich es nicht erwartet. Das stimmt, da hast du recht. Hatten wir das nicht letztendlich wegen Kleidern? Ja, genau. Ja, langsam wird es. Das war was. Auffällig, ne? Virus trägt Kleider? Ach so. Ist dort. Virus ganz verstummt. Der liegt. Ja, lässt mich hier liegen. Weiter nach hinter mir. Da sitzt einer am Generator. Da ist sie jetzt. Da zwei. Ich kann dich auch aufhängen, wenn du willst. Das wäre geil. Das würde ich sehen. Das wäre geil. Bisschen runterdrehen. Scheiße, ich kann dich nicht unter den Rohr gucken, man. Das ist doch scheiße. Ja, ich kann das kurze nachher anziehen. Dann geht es vielleicht besser. Ich will mir immer noch den David King holen. Das nackte. Ne? Oh man. Die will mich nicht schlagen. Die will nicht schlagen, die will nur Punkte farmen. Jetzt ausbauen wir den Generator. Ja, ich bin hier klar fertig. Wir kriegen scheiß Punkte, dafür dass wir nur bei dir stehen. Ja, ja, ich weiß. Ja, 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 ja. What? Warte doch. Du siehst da nicht, Kuh. Die fahren doch bloß Punkte. Du bleibst extra drin stehen dann. Der Run zum Tor. Wer kann es öffnen? Wer ist der Schnellste? Bin schon da. Ja, ich wurde geschlagen. Das hört sich cool an. Erinnert mich an meine Kindheit. Erinnert mich an meine Kindheit. Ich will alles, was hier in der Kiste ist. Das ist meine Kiste. Ich fühl mich verarscht. Weißer Werkzeug, hoffe. Du blöde Sau, das war meins. Wieso? Wieso? Hallo! Ich hab die Luke gefunden. Ich hab den Geist gefunden. Der ruckelt echt cool. Was ist denn Geist? Die Luke! Hallo, Geist! Ich hab grad sagen, wenn ihr rausgeht, nehm ich die Luke. Oho, jetzt hat sie mich schon hier geschlagen. Ja, ich glaub, die will dir was sagen. Hä? Die Fliege ist sehr mutig. Die ist mir grad direkt unter das Auge geflogen. Und jetzt ist sie an meinem Bildschirm. Aber das geht. Die Fliege macht keine Geräusche beim Fliegen. Im Vergleich zu anderen Viechern. Heißt, ich kann nach dem Schlafen. Also ist mir egal, dass du da bist. Wer hat die Luke nochmal? Äh, Tobi. Können wir hier rausgehen? Naja. Ihr könnt auch zur Luke. Ich soll aufmachen. Der Killer hat mich gehabt bevor. Ich hab jetzt uns im Keller das Medikett mal mitgenommen. Die steht da überhaupt draußen schon. Ich hab's gerade gezeigt. Hi. Danke. Danke für den Schlag. Er tut gut. Ah. Das schaut doch mal aus, Alter. Das geht nicht. Wo kann ich halten? Warum steck ich in mir fest? In mir? Also was? Ja. Wieso merk ich nichts? Danke. Tschüss. Tschüss. Du steckst in mir fest. Alter. 5000 Punkten. Seitdem bin ich in mir festgesteckt. Wo war die Luke? Gute Frage. Wieso bist du jetzt raus, Tobi? Hä? Wir sind doch alle raus. Ja, weil du die Luke gefunden hattest. Ich war bei euch, um jetzt mal aufmachen. Ich sollte halt Virus nehmen. Aber noch ein bisschen länger und ich hätte die Wälder gekriegt. Äh, du. Die Fliege wollte mir gerade irgendwie ins Ohr reinfliegen. Du. Das ist kein guter Punkt. Geh mal weg da. Da vorne zwischen den zwei Schienen, glaube ich. Wie heißt das? Rädern. Wie heißt das? Da, ja. Häng ihn auf. Da, wollte ich auch nochmal Punkte geben. Einmal zuschlagen. Wenn dann schon, dann richtig, ne? Er war Max-Punkte, Alter. Was geht? Hier ist der Max-Punkte. Da, ja, daily, ja, ja. Penophobia in North Calling.